und weiter geht's leute hier bei der legacy of goko im kampf gegen die saiyah chins tja und wer ist natürlich meine nappe ist bereits da und also wenn nur einer und zwar vegeta doch der dürfte ein bisschen schwer zu besiegen sein deswegen der alte strategie blenden und so weiter und dann angreifen muss ich glaube irgendeinen gleichen kampfanzug wie im zweiten teil obwohl er dort unser verbündeter ist und dem alter ist der schnell also spinnig durch den blauen keyplaster alter auf die entfernung hin ich mach dich platt vergeht mann wenn ich treffen würde was macht eigentlich für den schaden zu viel so jetzt werden wir mal so auf hilfe das wäre eigentlich noch ein gutes seien wie ein gutes spiel von live stream fällt mir gerade einmal so auf wieso weil es in ein zwei sessions wäre es vorbei ja wahrhaftig kann man natürlich mit eurer hilfe und so weiter könnte man das spiel ähm seien alter sehr schnell durchzocken wir haben jetzt etwa Part 6 also äh wenn wir noch 20 kommen ist es fraglich ganz ehrlich wir sind eigentlich schon einer der hauptkämpfe kann man zuerst sagen noch der kampf gegen die ginyophores und dann gegen den freezer selbst aber wir sind nicht mehr so obwohl es gibt noch irgendwelche zwischenmissionen und so weiter ja natürlich getroffen voll auf die nase daneben man hört sich immer sehr gut oder das ist noch ein richtiger ganz natürlich so kleine attacken und äh ja die machen halt entweder gar keinen schaden nur halben ich habe es zugegeben ich bin stärker als ich gedacht habe aber jetzt reicht es wieso wow ok jetzt gleich schnell wie wir nehmen wir sind noch ein bisschen schneller im Prinzip kein unterschied mehr ja scheisse du triffst mich nicht du blindschleiche haha ja da geht es noch auch mit ha ha und so weiter tschüss wie noch ah hier du 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 Autsch! Voll in die Frisur rein! Ah, da ist doch alles nix. Machen wir es noch anders? Ne, nicht so! So wieder! Komm her Begeta, ich mache jetzt Platz! Ah, gute Position! Ja, toll! Einfach zu schnell, um das richtig auszuladen! Siehst du, Mann, so geht das! Mehr kann ich nicht tragen! Und momentan aber nicht mehr Zeit dazu! Ja, komm her, komm her! Nein, nicht so! Du Arsch! Boah! Ich bin voll ausgewichen! Ich mache dich! Alter, wir sind echt gleich schnell! Nein, ich bin ein bisschen, aber... Das ist eigentlich nur um ein Pixel oder sowas! Da... Ich bin voll ausgewichen! Obwohl es unterschiedlich war... Nein! Oh, ich wollte gerade... Genau, was wollte ich hier? Aha! 30.000 Anfangspunkte! Level 12! Es erledigt! Wir haben gewonnen! Sieg! Du hast keinen Schwanz! Wie kannst du da einen wahren, Saiyajin? Hey, also bitte! Ja, also nur weil... Nur weil ich nicht direkt Sidi vielleicht bei dir oder so... Das finde ich jetzt natürlich... Der Chi-Chi hat sich nie beschwert! Nur ein kleines Mund bringt uns zum Vorschein! Ach so, da meint der Naffenschwanz! Sieg her! Ja... Konzentriert sich schön! Hm! Ich kann nichts machen! Hallo! Waaaah! Waaaah! Koko, hörst du mich? Das ist Naffens, wir gehen jetzt zu stark für uns! Ja, hörst du? Ist gut! Ich bin tot! Hallo? Keine Sorgen! Mir geht's gut! Ich spiele nur tot! Was ist denn das? Ja, Mann! Jechi-Rubi! Das ist Jechi-Rubi! Das ist Jechi-Rubi! Er hat wegen dem Schwanz abgeschnitten! Oh, das muss wehtun! Schau bitte nochmal! Nein! Mein Tail! Das ist Jechi-Rubi! Der Schwanz kann wegen dem nicht transformieren! Oh, nein! Gut! Transformiert! Oh, scheisse! Das ist eh nix! Oh, jetzt seh ich's! Hm! 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 Dank wurden! Wir geht aber reingelegt! Jetzt müssen wir Vegeta töten! Warte, Kalin! Wir können das nicht beenden! Wir sind einfach so entkommen lassen! Nach dem, was uns angetan hat! Ich weiss nicht, Kalin! Vielleicht sollen wir Gnade walten lassen! Hoffentlich bereuen wir das nicht, Goku! Also, die Erklärung im Anime wäre ein bisschen besser! Dieses einfache Sertchen hat mich besiegt! Wenn ich wieder erfolgt habe, dann räche ich mich! Ich geh nach Namik und sag, wenn dort nicht zu hängen wollen, dann sind mir ewiges Leben und unendliche Macht sicher! Erst weg, Goku! Hoffentlich war das richtig so! Wann alles okay? Ja, ich bin okay! Und du? Ich auch! Ich muss erst meine Wunden decken! Hehe! Jechi wird auch ins Krankenhaus schicken! Was? Nein, bitte nicht! Keine Spritzen! Ja, es euch besser geht! Es daher können wir uns alle auf Namik treffen! Gohan! Brauchen wir nicht mal uns gleich auf dem Weg! Du kannst mit dem Kapsel schief nachkommen, Goku! Ok, so machen wir es! Bis dann! Ja! Das ist ein bisschen zeitverzögert da! Tja, aber sind wir da! Ohne Training in der Kapsel und so weiter! Nicht mehr, wir sind direkt hier! Deswegen meinte ich ja, ich glaube, das maximale Level wäre 20! Tja, Leute! Es dauert echt nicht mehr lange, kann ich jetzt schon mal sagen! Was furchtbar ist passiert! Alles klar, Mann! Was du, Setzlinge, Freund? Äh, was meinst du? Die Bäume müssen gerettet werden! Sie haben unserem Planeten Leben gegeben! Die Bösen bringen uns um und unsere Bäume! Ich muss neu setzen, bevor ich ausruhen kann! Meine Setzlinge, finde es bitte, Pflanze! Sie sind unsere letzte Hoffnung! Die haben mich ja möglichst verstört! Wenn ich welche finden hätte, helfe ich gerne! Danke, Fremder! Null Problem! Demo! Wow! Ein riesiger Soldier! Wenn es mir stark ist! Alter! Verarschen oder wie? Da ist eine Frechheit hier! Wenn man ganz kurz von 30.000 wäre und zwar. Mal gucken wie viel das der bringt. Das ist echt fast stärker als Vegeta! Komm her! Hm! 20.000! Ja, jetzt wird es schön gelevelt, Leute! Ich habe jetzt noch meine Wunden lecken! Alter! Aufwand weg! Das eine auf das andere, ohne grosse Hinde, Pausen und so weiter! Ja, das ist eben noch der erste Teil! No, welchen haben wir da noch? War doch irgendwie so ein Arsch! War das ja viel Schaden oder wie? Jo! Das bringt viel weniger Punkte! Hm! Schon verrückt! Alle machen nicht gleich viel Schaden, aber bringt viel weniger Punkte! Wohohoho! Mann, ey! Ich komme nicht drauf! Tschüss! Ich kann nicht fliegen! So ein Penner, ey! Alles weg, alle Leute! Die heiligen Statuen! Oh Mann, ey! Freezer-Soldaten! Ein kleiner Junge! Hu hu hu! Mein Bruder, nichts sind übrig! Was passiert? Die Männer haben unseren Dragon Ball gestohlen! Jetzt haben wir nichts mehr! He he he! Oh! Ist ein bisschen aus die Dände, wa? Oh Mann! Freezer-Soldaten! Freezer-Soldaten! Gut, ich meine, von dem haben wir noch gar nichts gehört im Spiel selbst! Von dem her... Oh! Ja, da! Sollen wir in Ruhe lassen? Ich glaube, der macht uns gar nichts, wa? Ne, okay! Gibt jetzt weniger Punkte, von dem her, wie soll ich angreifen! wo? Wo? Wie ist das? Wo? Wie ist das denn? Wie ist das? Oh, ich weiß gar nicht. Bobo! Wie ist das? Wo ist denn jetzt? Oh, ich glaube, ich weiß nicht! Natürlich sind sie genau gleich wie bei uns auf der Erde, das ist kein Problem ey. Haben vielleicht so einen Guano Bulma noch mitgenommen, oder? Okay, ich hätte nur noch 6000. So, komm her du Arsch! Hey! So. Äh, noch weniger plötzlich. Na die machen uns nichts, wegen 2000 Verangstpunkten, also ganz ehrlich. Zack, ich kann fliegen, du nicht! Du bist ein Penner, ich nicht! Auf und ab. Mann! Nein! Hä, hä, hä? Mann, jetzt trotzdem was will ich anmachen. Nein! Oh, verdammt Tee! Level 13 rein, na geht doch. Ich halte jetzt ein bisschen mehr aus, 40.000 brauche ich noch. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, war Level 15 ganz gut hier. Ding, du, du, du! Mach vielleicht einen Offscreen, Leute! Ich habe mal gesagt, das große Kräuter waren so ein Setzling, okay? Stimmt, das waren wir. So. Einmalhin doch, die sollte doch mitnehmen. Aber hier bringt das nichts. Warum sind einige Kräuter? Dankeschön! Oh. Waaah! Arsch! Loch! Waaah! Sau! Trottel! Idiot! Waaah! Waaah! Blindschleiche! Arsch mit Ohren! Aua! Jetzt reisst es ja so auf. Hä? Mit einsetzen hier? Muss ich mich speziell hier machen? Ne geht auch nicht. Hä? Jetzt hat doch er aber gesagt, dass sie mir gerettet werden. Ja, aber ich will es ja versuchen. Ah, jetzt. Ja, das lohnt sich schon. Das lohnt sich wirklich. Er hat da noch einen drin. Was ist denn das aus, wie Fries oder einer seiner Leute den Tun ins Dorf gebracht haben? Fries sucht die Dragon Ball, so wie ich. Aber ich will nur meinen Freunden zurückwünschen und keine Macht. Ob Fries und wir gehen in Verbindung stehen? Ich bin einer so schwach, die kann nur die Dragon Balls und die alten Artefakte nicht schützen. Was ist mit den alten Artefakten? Drei weit voller Artefakte liegen in einem Tempel nördlich von hier. Es müssen auf ihren Sockel im Tempel gestillt werden. Dann werden alle gerettet. Tue es für uns und den Planeten. Äh, Namik. Keine Sorgen. Keine Sorgen, ihr macht das schon. Wie geht da? Ist da ein bisschen was anderes? Hallo? Da stören unsere Häusenraum zu Hause. Jetzt sind sie im Tempel. Nein! Nein! Keine Sorgen, wir machen das schon. Denn wir sind Son Goku und Kokare. Mann! Ich bin am Weg. So! Waaah! Daneben! Nee! Ist fies und ein bisschen lame, ich weiss, aber es wirkt das und dem her. Was wollt ihr denn? Oh, drei Schläge noch. Hier noch einer, okay. Dort sind noch 25. Es sind nur drei Bäume, wa? Ich habe ein paar mehr Erinnerungen richtig liegen, aber ähm. Höh! So. Wow! Das war doof. Vor allem wegen minimale Richtungen. Ja, komm mir nach, Mann. Höh! Was? Alter, wie stark ist denn der? Nein, meine Frisur! Level 14 geht doch. Wieso nicht gleich so? Du 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 du. Oh, die Kräuter. Yo! Okidoki! Dann bauen wir mich ja nicht mehr dabei, wa? Nö. Ich finde jetzt einer fehlt, aber wo war denn der? Oh, ja. Ich habe schon 73.000 natürlich schon. Ne Menge Holz. Und immerhin bringen sie jeweils etwa 10.000. Also äh. Lohnen wird sich's von dem her eigentlich schon. Du 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 überall die dinos la 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 Ich wollte gleich noch gegen dich Scheisse Ja doch lohnt sich Wow Das ist teilweise doch noch krass ey Du 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 Mann Das wird doch wieder so wenig Also Was ich für einen Faktor berechnet wie ist mir irgendwie auch unklar Ja aber wo ist denn jetzt ein Baum? Oder einer fehlte noch Verdammt Kann man da hinten schwitzen Und das als schwitzen Du 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 Äh was Kuckuck So Irgendwie geht es seitwärts viel besser als irgendwie hoch runter Komm her Mann ich mach dich platt Oh Was So geht doch Da Da wollte ich jetzt auf Teufel komm raus stärker sein Irgendwann muss ich mal sagen ganz kurz auf Level 15 machen Aber trotzdem haben wir noch ein paar Ah hier ist er ja Gross und kräftig Jo man Du 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 Weil die schon tot sind hier Goku war hier Du 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 Lalalalalala So geht das jetzt so normal Jo 10.000 Erfahrungspunkte geil Na gut so Die Bäume Ich habe mir doch etwas geholfen Aus dem Erbungsplaneten Zu retten Jo man Wieso hat er plötzlich einen englischen Akzent Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Was ich mache So wir gehen mal kurz hoch Warten mal gucken was da noch abgeht Oh Ich erinnere mich Leute Ich habe sehr sehr viel trainiert Damals stimmt Ähm Ja Dann haben wir noch ganz kurz Zwei Typen hier Platz Aber jetzt muss es noch sein Geht er mittlerweile relativ schnell Ah verdammt Du nicht wenn du irgendwie Festschlägest Wow ein uralter Tempel Ja Jetzt sind drei Stück hier War das eigentlich perfekt Für ein Level Up Ich denke ich soll sogar noch irgendwie Vier Schläge brauchen Jo Also vier effektiven Schläge Das war einer Man hört es immer sehr gut Ob der effektiv oder nicht Das war zum Beispiel nicht effektiv Also mir natürlich schon Mann ey jetzt reisst es mir aber langsam So Noch einer Obwohl sie noch einen hat um die Ecke Oh wow 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 Nein weil klar Scheisse Meine Umgebung sollte man ihn unterschätzen Leute Ja Level 15 erreicht So geht doch Aber zwar ein bisschen mehr noch Aber ähm Ja müsste es trotzdem gut gehen Da haben wir jetzt nichts mehr Ich gucke mal ganz kurz Ob wir ihm noch vier Schläge brauchen Von den Was Ich habe noch ein Viertel gehabt Trotzdem sieht er so viel ab Also äh teilweise muss man schon sagen Äh Hallo Spiel Verarschen Und ich habe ihn gespeichert Hehe Und ich bin wieder voll Wenn ich auch eine gute Variante Oder was Ich bin hier so zu triggern Was Achso Falsche Tagge Uah Ich habe gemerkt Mann Ja Ist Also ich bin jetzt heute nichts mehr auf die Reihe Verdammt So Jetzt reisst es mir aber Komm Mann Nicht schon wieder Ich habe echt gerade ein bisschen Mühe Vielleicht merkt man es ja Auf dem Duaaaah Wow Ö 15 erreicht Alter Schwede Gut Leute ich speichere hier nochmal Dann geht es im nächsten Part weiter Vielleicht trainieren wir nochmal ganz kurz Oder vielleicht mache ich es ja offscreen Vielleicht mal gucken Aber wir werden sicher noch ein bisschen was Das hier oben mit dem Tempel und so weiter Genau Und dann äh Gucken wir weiter was wir alles machen können Im Moment gehen wir ganz kurz hier hoch runter Natürlich auch immer ganz praktisch Ein Kraut hier Ein Kraut hier Ein Kraut hier Kann ich auch immer ganz toll wieder hochleveln Beziehungsweise suche jetzt die einfach oder Wie sich alle voll haben Genau Kann ich tragen und dann sag einfach mal hier Äh Hallo Kann ich mal ganz kurz killen Muss ich keine Kräuter verschwenden Dankeschön Und wehe jemand macht einen Deathcounter Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen So seht ihr alles perfekt Also perfekt ist was anderes Aber es ist äh Einfach ein kleiner Trick In diesem Sinne Danke fürs Zusehen Leute Bis zum nächsten Mal wieder hier bei Legacy of Goku Auf Dynamik bereits Tschüss